Aufnahme Aus der Gaming-WG Habe ich mein Mikrofon oder? Habe ich ja da Hallo Im Hintergrund ist sehr viele Ja wenn er mich sieht, wenn nicht dann hört man mich Glaub schon dass man dich hört Wie immer ein versteckender Kerl So was geht's hier Ich will Ich will töten Wie ging das noch? Ich bin Solo Ich bin Solo Und jetzt anders Ich will töten Ich will töten Scheißegal Kann man uns deswegen urheberrechtlich verfolgen Wo sind denn die? Was ist denn das? Warum bin ich denn hier einsam und allein? Gehen wir mal die Gegnerseite Das war ich eigentlich noch nie Lol Ich höre Schüsse aber keine Gegner Ah da 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 Stirb Du auch Ignoriert er mich? Das ist der Kill Jetzt Hoch da Gegner Gegner Sind wir noch da Gegner? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Irgendwie sind alle bei mir in der Base Scheiße Scheiße Ich krieg gar keinen Plan davon Was ich hier machen muss Ah Das ging Ich will eigentlich nur töten Hopp Ich will nicht zur Gegner Base Ah wir folgen einfach mal meinen Herren Kollegen hier Der wird schon wissen wo die Gegners sind Und die Falle Da war wieder nur noch einer Feuer hat da irgendjemand drauf nicht Ah Feuer hat da irgendjemand drauf nicht Ah naja Ich perfekt Ich bin Döjan E like Eiskalt auf ladieren Hey die fünf Doof oder Ich habe Raketennürf Whatever die Greifen mich an Ah der hat auch einen Oh In der Luft habe ich Jawum Schwull Angriff. Kann ich den anvisieren? Ne, den kann ich nicht an. Yo, Headshot, Alter, aus. Krasse Sache, von hinten an gejumpt. Ich bin das erste Mal gestorben. Ach, geil, dich hole ich mir. Brauch aber dafür mein Maschinengewehr. Mit der Waffe hier kann ich nicht so viel reißen. 5 Mäds. Remain. 50 Points left. Das war sein Untergang. Ah, da waren sie zu dritt. Mieser Aktion, Alter. Zu dritt gehen sie auf einen drauf. Wir klauen uns die Jobs. Wir klauen uns unsere Jobs. Ich glaub, das ist das erste Mal, seitdem wir diesen Kanal hier betreiben, dass ich mit Facecam spiele. Ich frag mich allerdings, warum ich das die ganze Zeit nicht getan hab. Naja, was soll's. Verzockst denn du da hinten? Achso. Team Red, er gewinnt den Match. Was machst du? Nice. Danke für's zu sehen. Ihr seid geil, 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 geil. Wie so ein paar Wurfsternen. Kommt noch auf. Wir machen uns noch mal. Ich bin so ein paar Wurfstern. Ich bin so ein paar Wurfstern. Vielen Dank.